Aufrüsten Aufrüsten Ding! Aktiv So, es zickt ein bisschen rum hier Komm, nehm doch das Ding noch an Jetzt aber So, aktiviert So, jetzt aktiviert Jetzt muss ich doch bei Hintergrund Mal verwandeln Liefer an Lichter Lichter, wo kann man die Lichter einschalten? Hecklichter Sehr wichtig, Hecklichter Sehr wichtig, wieder normal Wo ist denn normal eigentlich? Das ist normal, okay So Aufrüsten Hauptschalter So Jetzt muss ich mal so einstellen Abwart Aufrüsten Aufrüsten Zum Aufrüsten Kuss Kuss Zit Zit Hauptbahnhof. Ich nehme den da eigentlich. Ich lege den Alza ab. Ist auch ganz nett. Ostkreuz. Schön. Achso, ich muss die Nummer eingeben. Er kennt die Nummer nicht. Nehmen wir mal die S1. Ist es heute? Nein. Sollte es heute keiner geben. Lichtbuch. Ah, ne. Kreuzstadt. Sind zwei. Ostkreuz. Ostkreuz. Ja. Ostkreuz. Das habe ich genommen. Tür ist offen. Wunderbar. Wir können gleich losfahren. Fahren heute wieder mal S-Bahn. Mal lange nicht mehr. Heute mal S-Bahn heute. Muss kurz gucken. Ob die Fahrrichtung schwimmt, weil jeder frei muss. Ist doch bepflichtet alle Weichen zu stellen. So. 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 Mal schauen. So. 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 Eingestellt. So. Eingestellt. So. Eingestellt. Ich habe das gelbes Signal. So. Irlements. Wir fahren. Tür schließen. Ä eyyn. Hä, warum geht die Tür nicht zu? Es ist doch... Fahrtür zu. Jetzt geht sie auf, jetzt endlich. Ja, während der Tür in Macke, der Strom, und dann läuft der Strom hier, also läuft der Strom hier, das ist der Strom, der wird in uns umgeschoben. Einschreiben bitte, hat er gesagt. Kann ich ja nicht rausgehen, muss ich so machen. Tür schießen. Dann gehts los. Wir fahren heute nur bis, keine Ahnung. Natürlich ein bisschen lichttraurig. Vielleicht halt Lucken, was sie machen. Lucken, was sie machen. Das sind Lucken, was sie machen. So. Aber jetzt können wir mal... So. Schöne Grafik. So. 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 Ganz nett. So. 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 aus an noch mal bitte das Blatt aus so abdrücken kann ich waren das ist doch schratt, ey, das ist doch scheiße da muss ich wieder ganze scheiße von vorn anfügen das ist doch jetzt, ey noch mal, dass ich mach das noch mal so, weiche ist hier gestellt ich muss mal wieder umdrehen oh ich will euch hier schön was zeigen und dann funktioniert das einfach nicht wieder ja, top leid, liebe Leute ich kann nichts ändern warte Licht an die Lichter werden angemacht sehr wichtig des die Lichter werden die 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 Lichter, wer du wisst. Machen wir einfach mal. 60. Auch ganz nett. Ich muss doch hier die Richtungswände. Ach, wir sind hier in Berlin. Südkreuz. Nach Bruch geht es nicht hin. Ja, man kann auch nach Bruch fahren, aber ich wollte dieses Video entscheiden. So, und jetzt mache ich hier diesen Strom ausmachen. Also, erst jetzt den Offset. Ganz raus nehmen wollte ich, ich wollte es jetzt raus. Einmal die Tür auf. Da kann ich noch. Tripp, Trippen. So drauf ziehen und dann ... Wie kriege ich das wieder raus? Das ist doch scheiße. Es tickt wie so rum hier. Warte mal. Ah, jetzt geht's raus. Jetzt geht der Schnüssel raus. Endlich. So, jetzt muss ich die Richtungswände ändern. Zug auf der Variante. Tobi auch. So, jetzt ist es eingestellt. Ich hoffe, die Linie muss eingestellt sein. Ich hoffe, ich steigen da ein. Ich mache Abschalt wieder an. Hä? Ja. Abschalt an. Klang. Entschleuchte. Äpfel. Äpfel. Inschleuchte? Stich. Lange ist's. So, jetzt machzeln. Ich habe eine Sache. So muss die Fahrradsperre werden, das ist sehr wichtig. Jetzt aber, jetzt geht´s wieder, jetzt aber, jetzt aktiviert, so machen wir wieder zu hier. Knopf, den Knopf drücke ich. Ich höre hier nicht zu, geht´s wieder los. Jetzt drücke ich doch die Button doch. Drücken, warte mal. Jetzt geht´s wieder. Oh, was ist denn hier los? Der will die Tür nicht zu machen. Noch mal Versuch, letzter Versuch jetzt hier. So, eingestellt. So. Warte mal. Warte, siehst du da. Letze Mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das heißt, ich mache den jetzt aus. Fahrradsperre muss an. So, gedrückt ist er schon. Ne, der ist jetzt gedrückt. Das bleibt auch dazu. So, Tür ab. Jetzt muss ich nochmal einen Schnüssel rausziehen. So, Neulauf. Danke. Dann gehen wir hier rein. So, na. Erstmal den Zulauf ausmachen. Ich schalte ihn erstmal aus. Das heißt, ich schalte ihn erstmal aus. Das ist sehr wichtig. Da, jetzt aber. Ach meine Fresse. Das hat aber lange gedauert. Komm. So, Licht ist an. Ich kann es selber nicht sehen hier. Der Nachschrifter macht hier dies. Mal die Schlüssel dabei. So, Kini bis. Tutto Park nicht. Es war die 660 gewesen. Nein. ok so ist eingestellt ist das heißt das heißt jetzt aber so fahrsperre fahrsperre lösen ich dann machen auch mal so dann fahr mal los für zu ja im Fight! 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 Green. Los fahrten. Heute wird wenig mit dem Zug gefahren. So. Fahr nach Hauptbahnhof. Es sind noch ein paar Stationen. So. Fahr nach Hauptbahnhof. Oder was. Weiß ich nicht. Also alles in Berlin. Da war die DDR gewesen. Da waren auch vier. Schon sehr lange her. Ja. Dann habe ich gesagt. Fahr mal ein Video. Mach ein Video. Fahr nach Potsdam. Platz. Es können. Dann müssen wir noch Tunnel abgehen. Tunnel runter. Unter ist offen. Sehr wichtig. Und ähm. Kannst du hier öffnen hier. Ja. Ich lass mal zu hier. So. Wir können abfahren. Knöpfchen. Und rum. So. Abfahrt. Es legt das trotzdem an. Es rennt mit dem. Mach ich auch mal an. Aber wir müssen nur zum Tunnel rein. So. Dann habe ich gesagt. Ist cool. Das ist cool einfach. Da. 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 Enden wir. Gelbe Signal. Darüber fahren. Horror. Der ist noch alt! Berlin... Irgendwas. Eine schöne Station. Ja, was ich mal live stream mache, keine Ahnung. Ich habe auch so natürlich, was ich mal wieder live stream mache, keine Ahnung. Ich habe allgemein nicht so Lust für. Ich habe also keine Lust dafür. Allgemein nicht so Lust. Da habe ich mir vorgeschlagen, nur Videos zu machen. Das live stream, weil live streams... Ja, was soll ich hier präsentieren? Ich habe gar nichts zu präsentieren eigentlich. Ja, wir können einfach per Fernbus in Niederlande fahren, aber danach wird kein Schwanz abgucken. Ja, dieses Niederlande... zeige ich uns mal. Hier, pass auf! Pass auf! Muss ich kurz eingeben? Das ist ganz easy. Das ist auch ganz nett. Das muss man kurz eingeben. Das meinte ich. Hier, Niederlande ist positiv, Größe positiv. Ja, warum steht da hier als YouTuber? Weil ich ein YouTuber bin. Weil wir auch mal einen YouTube-Namen auch geändert. Das sind Leute, die ich wissen, wer ich bin. Schau mal was Gutes. Hat auch gute Seiten. So, mal mal Tür zu. Und jetzt weiterfahren. So, Potsna platzt da N wieder Fahrt. Das ist Niederbatter. Wie kriegt das jetzt wieder hin? Das ist ein Wissen. Oh, komisch. Null. Linie. Null. 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 Und Null. So, wir sind da. Das heißt, wir müssen noch dahin bringen und... Da, 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 da. Hm? So, und jetzt fahren wir gleich weiter bis zur Abstellung. Da muss ich kurz gucken. Da... Da bin ich immer nicht so... Ich bin so ein Profi dafür. Ach komm, fahr mal mit Weichen drüber. Fahr nächste Weiche rüber. So, rüber. So. Sicherheitssignal. Ja, der Fahrgänger darf... Ich darf vorbeifahren. Abwarte. Ist Endstation. Hier. Berlin-Potsna platz. Auch so ein geilen Knacken. Ein Bahnhof Knotenpunkt. Was ich immer so geil fühle. Ähm, weiter sofort. Ich mach mal eh dieses Licht aus. Ja, weil ich feiern ist. Rolle runter. Wir dürfen nicht näher über den nicht zu schnell fahren. Ähm... Mann, der Okoda hat... Problem passiert. Ja, weil die Performance hier ähm... Ja, allgemein sehr gut, aber... Alle Leute sagen sich, warum fährst du ganz weit raus? Das ist doch ganz gut. Ja, ich bin viel zu durchgefahren. So. Fertig. Hier ist fertig. Fertig. Hier gibt's nichts mehr. Gibt's nichts zu sehen hier. Hecklicht. Hopsch. Wir machen dieses an. Selben. Äh... 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 So. Licht ausschalten. Dann noch... Äh... So. So. Dann... Machen wir mal die Batterie aus. Oder eher Schlüsse rausziehen. Erstmal Schlüsse rausziehen. Ich muss ja mal dran drucken. Das ist ganz... Immer so ne Falle. Ah, Mann. Krieg nicht raus, ey. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Das heißt, der Schlüssel ist nicht steuerbar. Jetzt machen wir mal die Batterie aus. Steig aus. Ich steige aus. Hab Feierabend. Und ja. Das war unsere Berliner S-Bahn. Sehr schön aus. Aber für mich meiner Meinung ist kein schöner Triebwagen für mich. Weil ich steige ja in den normalen Zügen ein. Wo am besser. Und ich mach jetzt mal hier den... Pass auf. So. So. Das war's auch. Das ist die U-Bahn. Die S-Bahn heißt es einfach. S-Bahn halt, ne? Und dann ja. Das war's auch. Hier ist die Postalabplatz. Hier ist Endstation. Kommt man nicht mehr weiter. So. 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 Hier. So. So. Und dann . So.